Hey, ich erzähle euch jetzt mal, wie es läuft hier im Viertel. Wisst ihr, hier in der Gegend ist nämlich jeder eine Zielscheibe. Das stimmt nicht. Ich werde euch jetzt mal klar machen, was wirklich im Viertel abgeht. Hier in South Central werden die meisten von uns nicht älter als 21. Happy Birthday, mein Alter. Für mich? Ja, klar. Happy Birthday, alter Junge. Für mich? Ja. Du darfst dir was wünschen. Oh mein Gott, nein! Nein, nicht mein Baby! Ich weiß, du würdest mir sowas nicht antun, oh Herr, nein! Oh, mein Kleiner! Oh, mit diesen Titten habe ich ihn gesteht, oh Herr! Oh, nein, nicht mein Baby! Hey, 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 das ist nicht ihr Baby. Das war es nicht ihr Baby! Was ist denn das für eine Scheiße? Schöner Tag heute, hm? Ja! Ich sag euch jetzt mal die Wahrheit über das Leben im Viertel.